Musik Hier in dieser Arena ist der Name Programm, Zirkus Maximus. Zirkus Maximus, erstes Mal in Weidhofen. Wir sind jetzt gerade im VIP-Bereich, Seisenbacher VIP-Lounge. Hinter uns haben wir die Jungs von Wir Tanzen, das ist in der Red Bull Area draußen. Und natürlich unser großes Maximum ist das Zirkuszelt. Wo wir heute Party machen, Schulschluss und natürlich auch mit Crystal Cup ein älteres Publikum bedienen. Wir sind extrem motiviert, unser Team oder mein Team ist extrem motiviert. Wir freuen uns einfach auf einen extrem coolen Abend. Und ich kann es eigentlich gar nicht mehr erwarten, dass es losgeht. Das 1000 Quadratmeter große Zelt hat die Location in der Innenstadt von Weidhofen, die Garage abgelöst, um ausgelassene Partystimmung zuzulassen. Wir sind da vom Raiffeisen-Club, unterstützen das extrem gern. Wir machen extrem viel in der jugendaffinen Szene. Und da bietet sich natürlich das Zirkus Maximus als Hauptsponsor extrem gut an. Eine Riege feiner nationaler und internationaler DJs hat an den Plattentellern gedreht. Darunter Größen wie DJ in Dominique Chardin, DJ Shani und DJ RMC. Doch die nächsten Partytermine sind schon fixiert. Jetzt im Sommer natürlich extrem starker Terminplan. Auch vom Raiffeisen-Club aus als Sponsor bei den Veranstaltungen. Nächste Woche am 11. Juli auf der Forst der Alm das Mighty Hill Festival. Fünf Jahre Jubiläum. Die Woche drauf, am 18. Juli, sind wir in Neuhofen an der Ips beim Most Wanted Silo-Planen-Race. Das ja auch schon einen Namen hat bei uns im Ossettel. Ich möchte es heute einmal nutzen, dass ich meinem Team Danke sage. Ihr seid das beste Team, das ich mir vorstellen kann. Und ich würde mich freuen, wenn man das bitte auch im Fernsehen zeigt. Machen wir doch gerne, lieber Ritchi. Dafür lieferst du uns die besten Gigs und Partys in der Region. Versprochen.